Na endlich, lecker Schmecker-Luccia! Peppa, Schatz, hast du sonst nichts von der Einkaufsliste mitgebracht? Oh, ich hab alles vergessen! Ach, Herr Jemini, Schätzchen! Ich muss euch doch was zum Mittag zubereiten. Oh, mal sehen, was im Kühlschrank drin ist. Oh, was? Wie bitte? Das ist ja nur Play-Doh! Was soll ich denn bitte schön aus Knete zubereiten? Hm, ich weiß, wer das weiß. Irene! Ha, wer hat mich gerufen? Mama muss uns was zum Mittag zubereiten, aber die hat im Kühlschrank nur Knete. Was können wir denn aus Knete machen? Hm, was wir machen können? Wir können eine Menge machen. Machen Sie sich keine Sorgen, Frau Wutz. Wir machen ein leckeres Mittagessen. Was wir zum Kochen brauchen, ist dieses Küchenset. Wow! Na, was ist da drin? Das hier sind verschiedene Knetformen. Daraus können wir für jeden was Leckeres zubereiten. Das ist eine tolle Idee! Also Papa Wutz zum Beispiel mag Fisch. Super, dann fangen wir eben mit dem Fisch an. Und das hier ist unser Fisch. Was für ein toller Fisch! Können wir als Beilage noch Brokkoli machen? Unseren Fisch legen wir gleich in die Brotdose. Wo ist der Brokkoli? Wo ist der Brokkoli? Hier! Hier! Für Papa Wutz ist das Mittagessen fertig. Super, jetzt machen wir noch das Mittagessen für Schorsch. Alles klar, sollen wir dem vielleicht eine Hühnerkeule machen? Ja, aber auf jeden Fall mit Karotte. Einenchen? Mmmh! So, das Mittagklässchen für Georges ist auch schon fertig Super, und jetzt noch ein Hackchen für die Peppa Ich bin dran, ich bin dran Ich will, ähm, Mais Und ein paar Eier Kein Problem, machen wir gleich Hier kommt die Brotdose Ein Ei Zwei Und fertig ist unser Mais Ich will noch meinen Namen auf die Brotdose schreiben So sieht's gut aus Wir müssen aber noch dasselbe mit Georges machen So sieht's aus Peppa? Schorsch! Ihr müsst in die Schule Hier bin ich Ist das meine Brotdose? Dankeschön! Viel Spaß in der Schule Ja, danke Mama Mach's gut, Peppa, Schatz Tschüss, Mama Wo bleibt der Papa? Kinder, steigt ein Ich bring euch zur Schule Juhu! Papa, warte auf mich Also, alle waren bereit? Schatz, warte Das ist deine Brotmüchse Habt einen schönen Tag Danke schön, Schatz Los geht's Macht's gut Schönen Tag euch Und du? Trägst du dein Mittagessen auch in der Brotbüchse mit? Wir sehen uns beim nächsten Mal Tschüss! Tschüss!